Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde und ähm, diesmal spielen wir online, ja? Wir wollen dich nicht immer so angetritt haben Mit dem Kinn war's Moin Ja Machen wir doch mal, nehm ich doch mal Toll Fertig mal mal die Aktion Wo kann er nur Opferklassen nehmen? Also die Standardklassen, überlegt zu sein Das Zielverteidiger Toll gerne mit der ACR Fuck! Was hast du denn gemacht? Oh nein, ich bin in so'n... Oh nein, ich bin in so'n... Weißt du, wo die sind? Nein, äh warte Du bist jetzt allein! Der eine ist zwei B Der eine ist zwei B Halt 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 Lauf schon mal so Richtung B Weil... Ja, läuft doch schon mal so in Richtung B Weil... Halt 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 Oh, ich bin nicht richtig cool Halt 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 einen ausborn beide auf Richtung Beide auf Richtung B Oh mein, ich hätte mit Double machen können, was mache ich, Trottel? Ja. Haha, jawohl. Nice. Hahaha. Oh Gott, wie dämlich. Egal, machst du nichts. Das Ziel verteidigen. Hab einen geflasht. Ja, genau, das kann's, das kann's doch nicht sein. Hör doch, das mal nicht zu laut. So, dann. Ja. Nein, ich hab nur den eingesehen, scheiße. Oh, ne, gerade wenn ich die Jamba-Klassen bin ich so überschleppt. Ja, genau. Ich bin das MG-36. Halbzeit. Such eine Zerstörung. Ich finde es jetzt mal die Sniper. Hehe. Das Ziel zerstören. BÜß. Ach komm, der will mich doch verarschen, der Bähner, das ist schreißen Lappen. Okay, jetzt reicht's mir. Eheh. Er ist dann besiegt. Für Feiglinge kenne ich keine Gnade. Kann man so auch Clan-Tech-Quark haben? Wahrscheinlich das ist das gleiche Projekt, dass die Mutter ruft, wenn sie uns ficken, ey. Das Ziel zerstören. Das Ziel zerstören. Uh, jetzt haben wir den Wurfmesser angeflogen, uh. Oh, Headshot, ich geb dem Headshot. Alter, ich war gestand, ich geb dem Headshot. Ja, und da kommt der Lappen mit dem C4. Wo war der? Ich muss wieder schlucken, ey. Ey, der ist bei Spawn. Bei uns. Da hat er mich gekillt. Ey, Alter. Ich weiß, dass er irgend... Oh, lol. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller, aber... Das ist so ein Lappen. Guck dir das mit dieser MK14, oder... Oh mein Gott, was für ein Mondo. Oh, komm, gib dir, ey, das ist so ein... Ja, gut. Ey, schon wieder vorne. Naja, ich hoffe, das hat euch gerade schon gefallen. Beste nächste Runde. Ciao, Leute. Macht's gut. Miau.